Zum Thema Wartezeit Verneigt euch Vor Shogal Diablo, oder? Diablo, Diablo Das doofe ist, wenn wir ihn direkt als nächstes den Shogal nehmen Hatten die eben eigentlich auch Li Ming? Ja Klar Li Ming, First Trick Da war die echt in jedem Spiel bisher, ne? Ja Ja Was sind Lea? Ja, komm ich gleich zu Aber er wird kommen Doch, doch, das sind die, die eingereist sind, die kommen werden Also nicht in der Reihenfolge, aber die werden kommen Ja Da steht immer folgendes, pass auf Ist ein upcoming hero für Yous of the Storm Oh, Tänker und Heiler, ne? Tosh kommt Ich muss gar nicht hingehen auf den Dich Apokalypse Tosh wird kommen Geh mit Tosh Lea Was ist das denn? Was soll das sein? Ah, hier ist die so Intended Irgendwas aus Diablo Ist Intended Ich bin noch nicht so sicher zu sein Der Tracer ist auch klar Das ist hier von Overwatch Die ist neu oder was? Hm? Auch nur Intended Bereit für den Kampf Ah, nice Falls das OP Falls das seit heute den Patch OP Wurde ich nochmal sagen Good luck, hey fun Dann auch noch auf der Karte Willst am rumfliegen Hallo Ist ja auch auf dem Desktop so Geht doch automatisch Ja, dann ist doch gut Alter Immer nur am weinen hier Wie er voll abgeht Guck mal, die sind alle noch im Placement Einmal bitte Bobs überfahren Ja, schön wär's Oder Level 1 Leute jetzt Level 1 Das wär schön Äh, Rank 1 Level 1 Wieso bin ich eigentlich der Einzige mit dem Pony? Weiß ich nicht Stimmt, ne? Wir haben der Ponyface das heute gar nicht gemacht Aber irgendwie hab ich jetzt auf einmal ein Pony auf dem Arm Das hatte ich die ganze Zeit vorher nicht Siehst du Was hat das passiert? Lizard Bug Äh, eigentlich müsste ich ja in die Mitte gehen mit Shogal, ne? Dass ich überall am schnellsten bin, ne? Ähm, wollen wir uns jetzt gucken, wie der ist, vielleicht? Meinst du? Ja, das kann sein Der einzige Unterschied, den wir jetzt haben Ja, und Relog, ne? 3, 2, 1 Was weiß ich? Los geht's Ich denke, dass du in Tower Range gehst Meine Bubbles Ja, Junge Die Bubbles Ja, ich will doch hier selber Machen wir Top Tower, ne? So, ja Hm, gut getroffen Boah, Liebenweng schon wieder Ist doch gut getroffen Ne, ich mein mit deinem Blasen Was? Ich? Nein Ich hab mich zum Teil schon mit weggegangen Ich bin gerade auf Echt Oh Uh, kriegen wir den noch? Alter ich glaube die sind ganz gut der falls das wäre fast futter gewesen da der hat so ein glück gehabt ja schon wieder sogar auf der buch der baublein auf der baublein weißt du da freust du dich und dann müssen die geist mal wieder fieden weißt du ach die menge ist einfach op die hat schon einen tower wieder runter und hat noch keinen kratzer da war ich ein combater witz der falls das heißt swifty ne wieder so ein fanboy ja da oben sind auch vier gegner ne ich sag es mal so denn ich kann selbst gegen zagara die baublein nicht halten müsstet ihr in der mittel ja alleine sein aktuell sind wir das sogar ja aber das ist ein witz neid ihr hat schon beide tower runter ja wir sind oben ja wir sind oben Ich glaube, die können spielen. Scheißdreck können die. Ich glaube, wir machen uns ein bisschen zu sehr in die Hose. Wir machen uns gar nicht in die Hose. Aber ich habe Abpackerhunden gegen Zagara, ist das so. Wir haben Vollstab. Es war so close. Es war so close. Ich glaube, wir können spielen. Oh. Ich glaube, wir können spielen. Wir können es einfach nicht. Tschüss. Boah, ich muss sagen. Wollen wir los? Könnte schwierig werden. Wir haben gleich viel EP-Beitrag übrigens. Wie wir zwei. Ach. Ach. Das ist selten. Echt? Ja. Aber wir laufen doch immer überall gleich hin. Ja, aber komischerweise habe ich das noch nie erlebt. Ich Super gut. Ich bin das ja. Ich glaube... Ja, ich bin das ja опас. Ich bin das ja stark. War ich weiß. Sch crush jemanden. Weil Plan shot dich? Das ist Escuch me pinch. M Heroin oder nicht. Das ist ja nicht stark. Warum wird dasanoisz? Oh Okay Junge Junge Jetzt gibt es die Kürze Drei Lämmen hinten, warum denn? Alter, Fall hat keine Chance hier Ich habe mir vor, dass der Wollchen statt killen hat, aber das ist ein bisschen füchst Die ist wütend nicht weggekogen von ihm Ah! Das darf nicht wahr sein Okay, Nether Sehr gut Ich habe mir jetzt auch verändert seit damals Oh, solide drei Level hinten, ne? Ich habe auch schon ein paar Mal Ich habe doch noch ein paar Mal Du hast einfach nicht gewohnt Und da ist das Dann habe ich noch ein paar Mal Ich bin ein paar Mal Ich bin ein paar Mal Ich bin ein paar Mal Okay, ich bin ein paar Mal Was ist das? Es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht. Du, du, du ist in dieser Situation eigentlich ganz gut. Von wegen behind und so. Es lohnt sich für uns mehr als für die. Können wir unser Hardcamp machen. Wollen wir sehen mit den Augen, wer als nächstes das Ding holt. Tribut nicht? Ich weiß nicht, ob wir da hingehen sollen mit 3 Level weniger. Aber auch. Wollen wir es besser, wenn wir es nicht spielen? Ich weiß es nicht, ich bin also schwer zu sagen. Ich denke wir werden auf jeden Fall Hard gewiped wenn wir da hingehen. Jetzt sind wir auf even Leveln, jetzt könnte es gehen. Jetzt könnte man... Ja, Fähigkeiten meinte. Komm! Alter, ich bin geroutet von dem Malfurion. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, das war's. GIGI! Ich sag dir, die hatten mindestens einen Level 1 Spieler dabei. Wir haben so eine Fessenkarte. Komm. Okay. Auf geht's! Bombo da be! Die zurückkommende Bomben-Explosion. Cora! Cora! Boss, könnt ihr machen. Ja. Okay. Oh mein. 48% nur noch. Die machen vielleicht ihren. Lass direkt hochgehen, oder? Ja, die sind hier. Was ist denn, oder, falls das hier? Mobility, er läuft einfach weg. Ja, lass mal. Ja. Die mingen unter der Erde. Ah, die sind alle hier. Okay. Ja, wir müssen weg. Es sind eh eine Unterzahl. Lass deren Boss einfach machen. Die müssen deffen. Go, go, go! Go, go, Power Rangers! Wollen wir nicht sehen. Wollen wir nicht sehen. Go! Das werden Tribute erst, oder? Ja, nochmal Körpers, oder was? Boss. Ja, da kommen wir nicht mehr rechtzeitig hin. Ja, eben. Aber da sind wir doch eh nicht mehr rechtzeitig. Rechtzeitig. Im besten Fall müssen die beim Curse selbst deffen. Das ist ja schon. Na ja, wenn wir Glück haben, müssen die in ihrem Curse, also wir sind gecursed, müssen die deffen, ne? Dann bringt denen das auch nicht viel. Komm, komm, komm. Da unten sind die zu zweit. Ich seh da Li Ming. Hier ist noch Fallster zu dritt jetzt. Ja, okay. Alle sind da. Die können wir jetzt aber vipen. Wenn wir uns gut anstellen. Und der Boss. Ja. Komm, Kinder. Komm, Kinder. Go, go. Ja, geh rein. Ja, es sind doch nachher alle hier, Mann. Ich bin doch da. Ja. 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 auch weiter mit dem Weg wieder zu. Au. Alter! Ey. Du kriegst die einfach nicht. Die laufen einfach weg. So, tschüss Schugall, ich hab keine Lust mit dir zu spielen. Tschüss. Kannste knicken, Junge. Kein Stun, kein Win. Ja, Zap auch, wir brauchen mehr zu zählen. Der Falzab macht einmal den Swirbel mit E und dann rennst du eine Stunde hinterher. Der ist minus 42, ey. Die waren wahrscheinlich auch wieder deutlich höher. Der Swifty ist auf jeden Fall Level 1. Dann, ey, dann war das sogar der echte vielleicht. Kann sein. Der echte Swifty! Der hat in China 15, Moral den 14, also wo 13 war da 12, BTC 12, dann 2, Reinhale. Hat schon ein bisschen was gespielt, so. Nur um gewinnen. Der hat doch ziemlich nice Stats, so. Ja, dann kann das sogar sein, dass das vielleicht der echte Swifty ist. Ey, das war ein richtig krasses Team, ne? Zweimal Level 1, einmal Level 2, einmal Level 3. Ja, deswegen haben wir wahrscheinlich auch kaum Punkte verloren, ne? Ja, tschüss.